Liebe, was ist jetzt noch kaputtes Gut? Wir sind's, der Herr Braun von RT1. Ach nee. Ja? Ja, Wahnsinn. Und Nicole, deine Tochter, hat mich hierher bestellt, um dir etwas zu übergeben. Das ist die wunderschöne Ile Muttertagstorte. Erdbeeren mit Sahne. Und jetzt, Nicole, darfst du diese Torte überreichen für Mama Ilse. Liebe Mami, für dich, die beste Mama und Oma der Welt. Dankeschön, Niki. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Danke auch, Frau Oliver. Oliver, bist du zwar nicht bei Mama, aber trotzdem. Ist es nicht schön. Und weiter geht's. Heute verteile ich eine Ile Muttertagstorte nach der anderen. Auf geht's. Follow me after. Ja, dann spazieren. Umso. Ja. Hallo. Hallo. Grüß dich. Lukas, und jetzt stehen wir vor der Mama. Lukas, jetzt gib alles. Hi, Mom, das habe ich für dich gemacht. Mein Schatz, und vielen Dank mal. Du bist ein Süßer, das ist das süßeste Kind auf der ganzen Welt. Ich danke dir, mein Schatz. Schau uns, diese wunderbaren Blumen habe ich echt schick noch angepflanzt für alle Mütter in Augsburg, Stadt und Land. Und für alle Männer, Väter, die vielleicht noch ein Gedicht brauchen für die Mutter. Ihr habt noch eins gemacht. Liebe Mutter, heute ist dein Tag. Heute hast du keine Mühe und keine Plag. Heute Mittag musst du nicht kochen. So ist es guter Brauch. Kochst halt erst am Abend. Das tut es heute ausnahmsweise auch. Hey, Trino RT1.